Usingen ist eine Kleinstadt im Hochtaunuskreis in Hessen. Der Wohn- und Schulstandort war bis 1972 Kreisstadt des damaligen Kreises Usingen. Geografie Geografische Lage Usingen an der USA liegt ca. 27 km nördlich von Frankfurt am Main, 25 km südlich von Wetzlar und 37 km nordöstlich von Wiesbaden im Taunus und somit am Rande des Rhein-Main-Gebietes. Der Stadtkern liegt etwa auf 300 m Höhe über NN. Die höchste Erhebung im Stadtteil Usingen ist der hohe Berg mit 414 m über NN. Usingen grenzt im Norden an die Stadt Butzbach, im Osten an die Gemeinden Obermörlen und Werheim, im Süden an die Stadt Neuansbach und die Gemeinde Schmitten sowie im Westen an die Gemeinden Weilrode und Greven-Wiesbach. Usingen besteht aus den Stadtteilen Usingen, Eschbach, Kransberg, Merzhausen, Michelbach, Wernborn und Wilhelmsdorf. Geschichte Im Zuge der Erforschung und des Wiederaufbaus des Römerkastells Saalburg bei Bad Homburg vor der Höhe seit dem Ende des 19. Jahrhunderts wurde auch die Besiedlungsgeschichte Usingens intensiver erforscht. Seitdem kam es immer wieder zu Einzelfunden oder den Nachweis von Siedlungsresten, welche die Geschichte des Usingerlandes seit der Frühzeit dokumentieren. Nach Gründung der Archäologie AG Usingens 1994, die durch das Landesamt für Denkmalpflege Hessen und das Seminar für Vor- und Frühgeschichte der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt Main unterstützt wird, konnte die Erforschung der regionalen Siedlungsstruktur verbessert werden. Einige Funde sind im Keller des Usinger Rathauses im Museum für Vor- und Frühgeschichte zu betrachten. Der frühste Nachweis menschlicher Tätigkeit im Usinger Raum ist eine Art Basislager der mittelsteinzeitlichen Jäger und Sammler, das 1997 bei Nauenstadt nachgewiesen werden konnte. Solche Lager dienten den damaligen Nomaden als Ausgangs- und Übernachtungspunkt für die notwendige Nahrungsversorgung. Es ist fraglich, ob sich darüber hinaus größere Siedlungen aus dieser Epoche finden lassen werden. Zwar wird das Usingerland durch einige Flüsse und Bäche durchzogen, diese sind und waren für eine wirtschaftliche Schifffahrt jedoch zu klein. Deutschlandweit wurde jedoch ermittelt, dass in der Zeit von 11.000 bis 5.600 v. C.H.R. größere Siedlungen zumeist an bedeutenden Flüssen gegründet wurden, die zur Trinkwasserversorgung und für den Handel unabdingbar waren. Erst allmählich breiteten sich die Kulturen dann auch in abgelegene Gebiete aus. Aus der frühen Jungsteinzeit konnten zwischen 1993 und 1996 sechs Siedlungsplätze bei Friedrichstahl, Maybach, Wernborn und Usinge nachgewiesen werden. Da sie abseits der Wetterau und des Limburger Beckens und über der üblichen Siedlungshöhe zwischen 260 und 410 m ü. N.N. Liegen kann das Usingerbecken für diese Zeit als eigene Siedlungskammer betrachtet werden. Bestandteil ist unter anderem ein Grabenerdwerk bei Usingen von über zwei Hektar Größe, welches mehrfach ausgebaut wurde. Solche Funde lassen sich auf die ersten Ackerbauer und Viehzüchter zurückführen und gehören zur Lineaban-Keramischen Kultur. Von den nachfolgenden Kulturstufen der Jungsteinzeit zeugen einige ältere Lesefunde, zumeist Steinbeile und Äxte, die jedoch bislang keine Siedlungsplätze belegen. Funde aus der Umgebung von Ansbach, Hasselborn und Wernborn lassen sich der Michelsberger Kultur zuordnen. Spuren der frühen Bronzezeit zwischen 2200 und 1600 v. CHR konnten bislang nicht entdeckt werden. Jedoch belegen Siedlungs- und Grabfunde der sich anschließenden mittleren Bronzezeit, Hügelgräber, Brossezeit und der Urnenfelder Kultur eine wieder auflebende Besiedlung des Usinger Landes. In Werheim konnte ein Friedhof der Urnenfelder Kultur nachgewiesen werden, dessen offenkundig letzte Reste vor einer Bebauung im Jahre 1997 und 2007 gerettet werden konnten. Im ganzen Usingerland sind Hügelgräber aus der vorrömischen Eisenzeit der Hallstattkultur zu finden, jedoch kaum Siedlungsplätze aus dieser Zeit. Ebenso wenige aus der sich anschließenden Zeit der Kelten der Latine Zeit. Im I. bis II. J. N. CHR siedelten Germanen nahe dem heutigen Usingen wie Grabungsfunde verdeutlichen. Mit der Aufgabe des Limes um 260 N. CHR endete auch der römische Einfluss im Usinger Raum. Hinsichtlich der darauf folgenden Zeit der Völkerwanderungen ist bemerkenswert, dass eine vermutlich allemannische Höhensiedlung bei Karnsberg aufgefunden wurde. Aus der Zeit des Mittelalters gibt es zahlreiche Wüstungen, Burgen und noch bestehende Ortschaften aus mittelalterlicher Gründungszeit samt Baudenkmälern und Eisenverhütungsplätzen. O. Singen beging 2002 Dekasekunden 1200-jährige Jubiläum seiner Ersterwähnung. Der Ort wird einige Male unter verschiedenen ähnlich lautenden Bezeichnungen im Kodex Eberhardi des Klosters Fulda von etwa 1160 genannt, wobei ein Bezug zu den Jahren zwischen 754 Fünftel und 802 angenommen wird. Die Einträge sind jedoch nicht mit einer Jahreszahl versehen, sondern einfache Aufzählungen von Übertragungen an das Kloster. Zudem enthält der Kodex auch etliche Fälschungen, was insgesamt zu Zweifeln an der Genauigkeit der Angaben geführt hat. Ungeachtet dieser inhaltlichen Kritik an den überlieferten Schriftquellen hat das Ergebnis einer Ausgrabung in der Flur auf Debbe und im Jahre 2002 gezeigt, dass sich im Umfeld des heutigen O. Singen unter anderem die Überreste eines karolingischen Gebäudes befinden. Archäologische Nachweise über eine frühmittelalterliche Siedlungstätigkeit an der Stelle der heutigen Stadt gibt es allerdings bisher nicht. Auch ein weiterer Flurname in der Gemarkung von O. Singen Alteburg gibt Rätsel auf. Konkrete Hinweise hinsichtlich seiner Bedeutung sind bisher nicht gefunden worden. Die Bezeichnung kann einen realen Bezug haben oder auch auf einer fehlerhaften Überlieferung beruhen. Schließlich könnte auch noch Stockheim ein wüstgefallener Ort westlich von O. Singen von Gewicht für die Entstehung bzw. Entwicklung O. Singens gewesen sein. Der Name der Wüstung lässt auf seine Begründung zur Zeit der fränkischen Landnahme oder gar schon in allemannischer Zeit schließen. Jedoch sind bisher keine greifbaren Bezugspunkte zu O. Singen erkennbar. O. Singen in der Grafschaft Dietz bisher existieren keine historischen oder archäologischen Befunde über O. Singens Geschichte vom frühen 9. bis zum Ende des 12. Jahrhunderts. Erst zu Beginn des 13. Jahrhunderts, das heißt in einer Tauschurkunde vom 15. Januar 1207 wird der Ort wieder erwähnt. Die Brüder Gerhard und Heinrich von Dietz erhalten für die Fugtei von Kastel von König Philipp von Schwaben das Patronatsrecht der Kirche und alles. Königsgut in O. Singen Ausdrücklich ausgenommen von dieser Besitzübergabe sind jedoch die Hörigen, die nach dem Besitzrecht dem König eigen sind. Ebenso wie die Hälfte derjenigen Hörigen, die der Kirche in O. Singen zugehören, deren eine Hälfte ebenfalls Königsgut war. Da im Mittelalter Land und Leute eine Einheit bildeten und nicht getrennt übergeben werden konnten, ist die Urkunde dahingehend zu interpretieren. Das König Philipp nur unbesiedeltes Land übertrug ihm der wertvollere Teil seines Königsguts also erhalten blieb. Die Grafen von Dietz profitierten jedoch von dem Patronatsrecht, denn damit stand ihnen das Recht zu, den Pfarrer einzusetzen. Somit hatten sie auch indirekten Zugriff auf die Einkünfte der Kirche. Ein Zweig der Familie derer von Dietz nannte sich bereits 1208 nach einer in dem ihr zugesprochenen Gebiet neu errichteten Burg in Wallnau. Grafen von Wallnau, 1302 teilten ihre Nachkommen ihren Besitz und erbauten in Neuweilenau eine neue Burg. O. Singen als nassauische Stadt nach 1208 schweigen die Quellen zu O. Singen erneut für ein Jahrhundert. Erst 1326 wird es wieder direkt urkundlich erwähnt. Graf Gerlach von Nassau erwarb Pfandweise von Heinrich von Neuweilenau einem Nachfahren der Grafen von Dietz. Unter anderem das als Dorf bezeichnete U. Singen, 1346 übernahmen die Söhne Gerlachs Adolf und Johann die Herrschaft über die Ansiedlung. Neun Jahre später, 1355, erfolgte eine Teilung zwischen den Brüdern und U. Singen viel als Teil von Nassau-Weilburg-Saarbrücken an Graf Johann, unter dem die Umwandlung vom Dorf zur Stadt begann. Es entstand eine befestigte Burg oder Schloss. Über 500 Jahre unterstand U. Singen der Nassauischen Oberhoheit. Die Nassauische Burg an der Stelle der heutigen Christianwirtschule und eine Mauer mit fünf Toren schützten nun das kleine Städtchen, das wohl in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts befestigt worden war und Stadtrechte erhalten hatte. Dies bedeutet allerdings auch, dass sich der Siedlungsschwerpunkt jetzt endgültig aus dem Tal, d.h. von der Flur auf der Beunt, nach oben auf die Anhöhe verlagert hatte. Es ist unbekannt, wann und warum dieser Prozess einsetzte. Nachfolger von Graf Johann wurde sein Sohn Philipp als Landesherr. 1405 erwarb dieser die Pfandherrschaft über Neuweilnau. Damit ging U. Singen endgültig in den Besitz der Nassauer über. Philipp III. von Nassau-Weilburg führte die Reformation in O. Singen ein. Sie begann am 9. Juni 1527 mit einer Predigt von Philipps Hofprediger Henrikus Romanus in der O. Singerkirche. Im Jahr 1528 endeten die katholischen Gottesdienste in der Stadt. Das Schloss in O. Singen wurde 1560 völlig umgebaut und erweitert. 1635 fiel es einem Brand zum Opfer, den spanische Truppen bei der Plünderung der Stadt während des Dreißigjährigen Krieges gelegt hatten. Ab 1659 residierten in der zum Schloss mit schönem Garten ausgebauten Burg die Grafen und von 1688 bis 1744 die Fürsten von Nassau-O. Singen. Eine herausragende Persönlichkeit in der Geschichte O. Singens war Fürstweilrad, der bei der Teilung der Nassau-Saarbrückischen Länder am 31. März 1659 Dekasekunden O. Singenland erhielt. Er regierte 43 Jahre und war ein geachteter Feldherr U. A. Generalfeldmarschall der Niederlande unter Wilhelm III. von Oranien. Das heutige Bild der Stadt hatte entscheidend mitgeprägt, da er nach dem Rückgang der Bevölkerung durch den Dreißigjährigen Krieg und den Dreistadtbränden im 17. Jahrhundert Hugenotten ansiedelte und die Neustadt anlegen ließ. Unter Wallrats Sohn und Nachfolger als Fürst Wilhelm Heinrich wurde der Ortsteil Wilhelmsdorf gegründet. Dessen Sohn Fürst Karl verlagerte 1744 seine Residenz von O. Singen nach Wiesbaden-Biebrich. Damit endete O. Singens Zeit als Residenzstadt. Es blieb jedoch bis 1886 Sitz des Amtes O. Singen und danach bis 1972 Kreisstadt. Die geringe Industrieentwicklung der Neuzeit konnte auch durch den Eisenbahnanschluss des Jahres 1895 nicht verstärkt werden. Der Erste Weltkrieg hinterließ seine Spuren auch in O. Singen. Je länger der Krieg dauerte, das Notgeld vom 1. November 1918 ist ein Zeichen für die Ressourcenverknappung in den letzten Tagen des Ersten Weltkriegs. Als zum Beispiel nicht mehr genug Papier zur Verfügung stand, um staatlicherseits Geld zu drucken, so schritten lokale Behörden in Eigenverantwortung zu Hilfemaßnahmen. Am 9. November 1918 gab Reichskanzler Prinz Max von Baden eigenmächtig und ohne Einwilligung von Kaiser Wilhelm II., dessen Abdankung bekannt. Daraufhin bildete sich wie überall in Deutschland auch in O. Singen ein Arbeiter- und Soldatenrat, der den Übergang vom Kaiserreich zur Republik ohne gewaltsame Maßnahmen vollzog. In den Folgejahren hatten die O. Singen ebenso wie das ganze Deutsche Reich unter den Folgen der Inflation mit ihrem Höhepunkt 1923 und der Weltwirtschaftskrise von 1929 zu leiden. Der Aufstieg der NSDAP vollzog sich auch hier, 1930 war sie bereits drittstärkste Partei im Kreis. Nach der Machtergreifung wurde der Kreisleiter der NSDAP Dr. Johannes Lommel am 1. Oktober 1933 Landrat des Kreises Susing, der zwischenzeitlich für kurze Zeit aufgelöst worden war, nun aber neu entstand. Den Zweiten Weltkrieg überstand die Stadt weitgehend unbeschadet und wurde am Karsamstag 1945 von den Amerikanern besetzt. In den folgenden Jahren stieg die Zahl der Bewohner durch Flüchtlinge und Heimatvertriebene erheblich an. Sie alle profitierten vom Wirtschaftsaufschwung nach der Währungsreform von 1948. In späteren Jahren änderte sich die Bevölkerungsstruktur der Stadt und ihrer Umgebung durch den Zuzug einer auf das Rhein-Main-Gebiet orientierten, ökonomisch und sozial gesicherten Bevölkerungsgruppe. Auch nach dem Verlust der Kreisstadtfunktion ist Usingen mehr denn je der Mittelpunkt des Usinger Landes. Im Rahmen der Korruptionsaffäre im Hochtaunuskreis wurden neben dem ersten Kreisbeigeordneten Hans-Joachim Galuschka auch die Bürgermeister von Neuansbach-Heinzborn und anderer Taunusorte verurteilt. Bei der Kommunalwahl 2001 wurde Usingen hessenweit durch eine Panne bekannt. Die Liste der CDU wurde aufgrund eines formalen Fehlers nicht zur Kommunalwahl zugelassen. In der Folge erhielt die FDP so viele Stimmen, dass deren Liste nicht ausreichte, bis zum Ende der Wahlperiode alle gewonnenen Plätze zu besetzen. Bürgermeister Matthias Drexelius musste daher fünf Jahre ohne einen einzigen Parteifreund im Parlament arbeiten. Bei der folgenden Kommunalwahl erreichte die CDU eine absolute Mehrheit der Mandate. Im Zuge der Gebietsreform in Hessen wurden zunächst am 31. am 1. August 1972 wurden auf Grundlage eines Landesgesetzes die Gemeinden Eschbach, Merzhausen und Wilhelmsdorf nach Usingen eingegliedert. Die Grenzen der Ortsbezirke sind nicht besonders definiert und folgen daher den seitherigen Gemarkungsgrenzen. Seit dem Zweiten Weltkrieg ist die Zahl der Einwohner in Usingen stark gestiegen. Waren es direkt nach dem Krieg vor allem Heimatvertriebene aus den deutschen Ostgebieten und politische Flüchtlinge aus der SBZ DDR, die die Einwohnerzahl erhöhten, so folgten ihnen ab Ende der 1950er Jahre zunehmend Pendler, die im Rhein-Main-Gebiet arbeiteten und in Usingen wohnten. Die Stadt wurde durch mehrere große Neubaugebiete erweitert. Besonders hervorzuheben ist das Baugebiet Weingarten, für das 1965 der Bebauungsplan aufgestellt wurde. Auf 200.000 Quadratmeter entstanden hauptsächliche Villen- und Einfamilienhäuser mit großen Grundstücken von 500 bis 1000 Quadratmeter, aber auch eine Reihe von Mehrfamilienhäusern. Heute ist der Kümmelhügel bevorzugte Wohnlage der Stadt. Er wurde nach der Generalunternehmerin für die Erschließung und Bebauung der Immobilienmaklerin Elsbert Kümmel benannt. In den 1990er Jahren wurde am Südrand der Stadt das Baugebiet Schleichenbachi ausgewiesen, dem mit Aufstellungsbeschluss vom 29. März 2003 Schleichenbach II folgte. Auf 17,4 Hektar wurden 203 Bauplätze ausgewiesen. Bereits um 1600 lebten einzelne jüdische Familien in Usingen. Im Jahre 1602 wird Isaac Nehem aus Usingen genannt. 1651 und 1742 wird auf Judenordnungen in Usingen Bezug genommen. Fürst Karl erließ 1732 eine Nassau-Jusenglische Judenordnung. 1801 wurden einunddreißig jüdische Einwohner gezählt. 1905 waren es 89. Neben den Usinger Juden gehörten auch die in Eschbach und Grevenwiesbach, später auch die in Ansbach mit Rot am Berg und Schmitten, lebenden jüdischen Personen zur jüdischen Gemeinde Usingen. Die Gemeinde gehörte zum Rabbinatsbezirk Weilburg und später zum Rabbinatsbezirk Bad Emsweilburg. Eine Reihe von Gewerbetrieben und Handelsgeschäften in Usingen wurden durch Juden betrieben. Die jüdische Gemeinde betrieb eine Synagoge, eine jüdische Schule, eine Mikve sowie den jüdischen Friedhof. Aufgrund der Judenverfolgung und Ermordung in der Zeit des Nationalsozialismus endete die jüdische Gemeinde Usingens 1938-1940 still. Synagoge Koordinaten 50 Grad 20 Minuten 6 Sekunden Nord 8 Grad 32 Minuten 6 Sekunden West 50. 334 1928 und 20,53494 seit Anfang des 19. Jahrhunderts diente ein Betraum in einem der jüdischen Wohnhäuser als Synagoge. 1877 war die Synagoge baufällig. In den Jahren 1885-86 still baute die jüdische Gemeinde eine ehemalige Scheune in eine Synagoge um. Das Gotteshaus in der Klaubergasse 8 verfügte über 40 Plätze für Männer und 18 für Frauen. Daneben bestanden in Ansbach und Rottamberg jeweils eigene Beträume. Im September 1938 wurden die Fenster der Synagoge eingeschlagen und die Inneneinrichtung verwüstet. Das Gebäude wurde am 5. November 1938 durch den letzten Gemeindevorsteher Julius Hirsch an einen Privatmann verkauft, der das Gebäude in ein Wohnhaus umbaute. Seit September 1991 erinnert eine Gedenktafel mit der Innenschrift. In diesem Gebäude befand sich vom Beginn des 19. Jahrhunderts bis 1938 die Synagoge der Usinger Juden an die ehemalige Synagoge. Jüdischer Friedhof Koordinaten 50 Grad 20 Minuten 16 Sekunden Nord 8 Grad 30 Minuten 55 Sekunden West 50. 3.377.988,515139 bis 1885 wurden die Verstorbenen der jüdischen Gemeinde auf dem jüdischen Friedhof in Reven-Wiesbach bestattet. 1884,85 wurde ein jüdischer Friedhof in Oseingen angelegt. Das Grundstück, das die Zivilgemeinde der jüdischen Gemeinde kostenlos zur Verfügung stellte, liegt nahe dem heutigen Schützenhaus und nahe dem Hatzsteinweiher. Der Friedhof wurde am 23. Januar 1885 eingeweiht. Am gleichen Tag wurde mit David Simon aus Eschbach der erste Tote bestattet. Insgesamt sind 59 Personen hier beerdigt. Die letzte Beisetzung erfolgte am 16. Dezember 1937. In der Zeit des Nationalsozialismus wurden die meisten Grabsteine beschädigt oder zerstört. Die Verbliebenen stehen auf dem Friedhof, auf dem ein Gedenkstein aufgestellt wurde, der die Innenschrift trägt. Friede dieser Ruhestätte und Ehre dem Gedächtnis der Toten. Die Friedhofsfläche umfasst 24,81a. Die Pflege des Friedhofs wird durch die Zivilgemeinde vorgenommen. Jüdische Friedhöfe im Hochtaunuskreis Politik Die Kommunalwahl am 27. März 2011 führte zu folgendem Ergebnis. Der Bürgermeister wird für sechs Jahre direkt gewählt. Bei einer Stichwahl am 2. Mai 2010 setzte sich Steffen Wernert mit 53,25% gegen die SPD-Kandidatin Birgit Hahn durch. Er löste Matthias Drexelius ab, der seit 1998 amtierte und 2010 zum ersten B-Schordneten des Planungsverbands Ballungsraum Frankfurt Rhein-Main gewählt wurde. Liste Usinger Bürgermeister Johann Christian Philippi Adolf Philippi Amtszeit 1884 zu 1908 Ernst Ludwig Lissmann Robert Mank 1960er Jahre bis zum 23. Juni 1973 Hermann Krönung 1973 zu 1978 Rolf Helgebrecht Amtszeit 1978 zu 1992 Eva Maria Tempelharn Amtszeit 1993 zu 1998 Matthias Drexelius Amtszeit 1998 zu 2010 Steffen Wernert Amtsantritt 7. Juni 2010 Es bestehen Städtepartnerschaften mit Tover-Beetowel in der Provinz Gelderland Niederlande seit 1975 Chassier im Département Rhone Frankreich seit 1990 7.ay-Jouratorio 34 1. respondent 3. 10. 12. 16.